Wieder Eröffnung in Sundern. Inhaber Christian Willecke kann heute wieder den Betrieb in seiner Gesundleben-Apotheke aufnehmen. Die Aufräumarbeiten dauerten das ganze Wochenende. Nur dank der tatkräftigen Unterstützung vieler fleißiger Helfer ist nun auch gewährleistet, dass zumindest Notbetrieb stattfinden kann. Strom, Internet und die EDV laufen wieder. Nur der Kommissionierer ist noch nicht wieder verfügbar. Noch am Freitag stand die Offizien knöcheltief unter Wasser. Die Straße vor der Apotheke hatte sich in einen reißenden Fluss verwandelt. Fast grenzt es an ein Wunder, dass Christian Willecke heute wieder Kunden bedienen kann.